Ja, willkommen zurück zu Let's Play. Die Siedler 7 auf der Scharmützelkamp-Karte Nummer 5. Ah, König Baldorus ist auch auf Expansionskurs. Das hätte ich mir eigentlich auch schon denken können. So, wir sind hier unten unterwegs. So, ich muss gerade mal schauen, was wir hier fleißig schon alles in Auftrag gegeben haben. So, mal gerade die Taverne mal anschauen. Die nicht die Taverne-Kaserne. So, wir haben da eigentlich nur 20 Pferde. Können wir schon mal den Freitag draus machen. Ne, wir holen uns aber erst noch mal ein Muskeltier. Achso, den haben wir eh schon in Auftrag gegeben. Okay, aber dann holen wir uns hier auch mal fleißig Reiter ran. Und wir senden unsere Armee. Nein, das wollte ich nicht. Diese Armee entsenden wir dann mal dort unten hin. So, hier ist nämlich König Baldorus schon dabei, diesen Stadtsektor einzunehmen. Das wird doch allmählich. Kommen wir uns schon nahe. König Baldorus kommt näher. 16 Einheiten hat er schon. Der hat auch schon Kanoniere dabei. Interessant, interessant. Die haben wir natürlich noch nicht. Weil wir keine Radmacherei haben. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass wir keine Kanoniere haben. Aber wenn wir dann gleich unsere Muskeltiere haben, dann können wir weiter vorrücken. Außenposten erobert von König Baldorus. So, hier gehen wir mal hin und sagen, wir möchten die Verteidigung auf Stein gerne ausbauen. Einschließlich die von unserem Hauptschloss. Denn wenn der jetzt näher kommt, ist mir das lieber, wenn wir das ein bisschen ausgebaut haben. So, unsere Truppen sind unterwegs. Hier unten hin. Dort wollen wir die Kanonengießerei einnehmen. Also ich möchte das. Ob meine Siedler das wollen, weiß ich nicht. Ich habe sie persönlich nicht gefragt. So, hier hatten wir doch auch noch eine Eisenschmelze am Laufen. Genau, die arbeitet zwar nicht ganz so viel, aber immerhin. So, Kohle ist auch da. Dann können wir hier eigentlich anfangen, Räder zu produzieren. Zack, da. Flupp und eine Radmacherei ran. So, dann. Was brauchen wir noch? Den Kasernenausbau brauchen wir. Kasernenausbau, wichtig. Zack. Den geben wir mal in Auftrag. Wir müssen das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Händler. Handeln müssen wir. Wir müssen wieder tauschen. Klamotten gegen Gold. Da können wir reichlich mal tauschen. 9 mal 3. Weiß nicht, was 9 mal 3 ist. Ne, ist zu viel. 6 mal 3. Es geht. Oder machen wir mal 5 mal 3. Das sind 15. Bleiben noch 2 übrig. So, wir haben Reiter. Wir haben Start. Wir haben die 6 Pekingiere. Genau. 6 Pekingiere. Und wir haben entsprechende Anzahl an Musketieren, um die Verteidigung dort zu überwinden. Im Prinzip. Ich würde aber sagen, wir holen uns den Reitern hier noch ein paar Pekingiere dazu. Und geben auch noch 2 und Musketiere in Auftrag. So. Wir warten, denke ich, noch ein bisschen. Und dann maschinen wir weiter. So. Bevor König Baldorus auf die Idee kommt, sich diesen Sektor unter den Nagel zu reißen. Das wäre mir sehr unangenehm persönlich. Und ich würde sagen, in der Logistik schieben wir hier mal den ganzen Ausbau von unseren Verteidigungsanlagen schieben wir mal ganz an den Anfang. Damit das als erstes quasi abgearbeitet wird. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Ähm, ja. Wir schieben in der Logistik, glaube ich, gerade mal die Einheitenproduktion mal an die erste Stelle. Nicht, dass uns das so geht wie bei manchen anderen Runden bislang, wo dann einfach der Feind schneller war als wir. Das fand ich persönlich immer unschön. So. Und außerdem müssen wir gucken, dass der sich nicht nur in den Sektor und den Nagel reißt. Hallo Spiegel. Achso, da. Autosave ist vorbei. Weiter geht's. So, ich würde sagen, wir wagen einfach schon den Angriff. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig im Augenblick. Ist es heute wieder mit der Aussprache? Ist es wieder... Wir arbeiten dran. So. Ah, die Verteidigung. Verteidigungsausbau beendet. Sehr schön. Sehr schön. So. Neue Soldaten. Das ist immer gut. Okay, König Balderus zieht sich zurück. Ahnt wahrscheinlich, dass er gegen uns nicht ankommt. Ja, wir könnten noch einmal ein paar Nuizen ausbilden, glaube ich, wenn wir den Bier haben. Bier haben wir. Bier. Bier haben wir. Das haben wir reichlich, würde ich mal sagen. Baue ich das aus? Baue ich... Ich weiß nicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Im Augenblick noch nicht. So, 24... 240% richtig rumlesen. 42% haben wir hier schon die Verteidigung runter. Wir haben noch sechs Musketiere. Das heißt, das sollte doch eigentlich klappen. So, hier haben wir auch die Steinbefestigung ausgebaut. Dort noch nicht. Aber das kann sich auch nur noch umstunden sein. Okay. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Verteidigung ausgebaut? Ja, nein, vielleicht? Eher nein. Hier laufen auch schon ein paar Bretter hin und her. So, da oben, das haben wir alles noch nicht ausgebaut. Weil ich auch gerade die Verteidigung natürlich wieder nach vorne geschoben habe. Insofern hat das die Logistik natürlich ein bisschen beeinflusst. Wir schieben uns bitte mal wieder nach oben. So, wie sieht das aus? Noch 9%. Wir haben noch vier Musketiere. Einer kommt noch dazu. So, und dann haben wir die Kanonengießerei. Das freut mich persönlich sehr. So, Reiter. Wir gönnen uns noch vier Reiter. Oder drei zumindest. Dann haben wir auch die Waffen aufgebraucht. Ihr habt eine Schlacht gewonnen. Ihr habt auch nichts anderes dabei. So, läuft unser König Walderus. Da könnt ihr mir doch einfach mal die Armee ausspähen. Befestigung ausgebildet. Ein, zwei, drei, vier, fünf Kanonen. Dann sehe ich sehr viele Musketiere. Und ein paar Reiter. Und noch eine Kanone hinterher. Sechs. Insgesamt wenig Pikeniere. Viel Fernkampf. Sollte man leider nicht mehr so ein bisschen im Auge behalten. Mit der Zeitpunkt man also quasi mit einer starken Nahkampf-Truppe. Nahkampf-Infanterie. König Walderus. Das war mir gefährlich, wenn man quasi Mengen mehr zu belegen ist. Eine Eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Okay. So, ein neuer Sektor gehört uns. Wir sind jetzt gleich. Ein neuer Geistlicher wurde ausgebildet. Wie viele Geistliche haben wir schon? Ah ja, wir sind schon fast alle da. Schön. Dann würde ich sagen, wir holen uns ins Viehzucht. Und gleich auch noch die Forstwirtschaft. Und dann überlegen wir mal, ob wir die Kirche ausbauen möchten. Oder lieber nicht. Denn eigentlich wollen wir ja nicht auf Kirche spielen. Wobei, ich glaube, ganz ohne Forschung ist es schwierig. Wir haben in der letzten Karte war es relativ... Eure Truppen haben einen Außenkosten eingenommen. Ah, schön, 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 schön. Was kosten uns die Kanoniere? Klamotten. Ja gut, Klamotten haben wir. Ringe haben wir ja eher nicht so. Aber wir könnten hier schon mal zwei Kanoniere auf jeden Fall mal holen. Und die Verteidigung ausbauen. Ganz wichtig. Verteidigung bauen wir... Ach, das können wir aber direkt ausbauen. Reparieren wir nicht erst. Bauen wir direkt aus. Oh, da unten kommt uns König Baldurus sehr nahe. Ne, das gehört mir nicht. Ne, das gehört mir, ne? Da müssten wir mal überlegen, ob wir unsere Truppen nicht hierhin entsenden möchten. Und ich glaube, das möchten wir. Auch wenn wir ja keine Chance gegen ihn hätten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Habe ich hier nicht die... Doch, habe ich, ne? Aber machen sie nicht. Ähm... Wo ist das denn in der Logistik? Ne, das ist das letzte, was ich in Auftrag gegeben habe. Das ist hier das... Das müsste das hier sein, ne? Da will er uns doch jetzt unsere frisch erworbenen Gebiete hier auf der Seite abspenstig machen, ne? Sieht ganz einfach aus. Würde mich hier nicht wundern, wenn er jetzt gleich weitermarschiert gegen unsere... Ach Gott, ist das... Das ist ja jetzt kacke. Aber die waren auch wieder ziemlich langsam mit dem Ausbau hier. Das ist, äh... Hm. Wie sieht das hier aus? Haben wir auch noch nichts gebaut, ne? Doch da haben wir zumindest die Verteidigung schon stehen. Hier nicht. Das ist natürlich blöd. Hier die Verteidigung steht. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. So. Da kommen die ersten fünf Holzbretter, aber auch nicht doch für diese Verteidigung gut. Gut, gut, gut. Unsere Truppen sind auf dem Weg. Das ist auch gut. Äh... Reiter haben wir... Holen wir uns noch. Holen wir uns noch drei. Dann geht's da auch schon mal weiter. Hier die Kanoniere sind... Noch nicht so weit. Wichtig wäre tatsächlich, dass wir diesen Sektor hier halten. Erstmal vorübergehend, sag ich mal. Deswegen werde ich, wie gesagt, meine Truppenmaler hin ins Senden. Ja, im Zweifel müssen wir sie im Kampf wieder zurückziehen, ne? Also das, äh... Bei gegen 25 starke Fernkampfeinheiten glaube ich nicht, dass wir mit unseren Truppen da bestehen können. Dafür haben wir definitiv noch zu wenig, obwohl wir natürlich stark, äh, nahkampflastig sind. Dann würde ich natürlich im Kampf Mann gegen Mann natürlich dann König Baldurus überlegen wären. So, der Sektor ist gesichert. Diesen Sektor haben wir gesichert. Hier arbeiten wir noch dran. Aber da kommen auch die letzten Bretter, die kommen da gerade an. Das ist gut. Dann haben wir zumindest eine Holzverteidigung. Das ist besser als nix. Befestigungsausbau beendet. Welche Befestigung wurde ausgebaut? Achso, diese. Okay, da unten haben wir zumindest Steinbefestigung hoch zu unseren Minen. Das ist sehr schön. Hier haben wir eh schon Steinbefestigung von den Neutralen her. So, unsere Truppen sitzen hier mal ganz gut. Und da kommen die letzten Bretter für den ersten Ausbau. So, wir müssen jetzt langsam gucken, dass wir die Frontlinien gesichert kriegen. Denn jetzt sind wir quasi hier in den Sektoren quasi auf Du und Du mit König Baldurus. Es wird also langsam doch spannend, möchte ich meinen. Okay, 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 okay. Wichtig ist jetzt ausbauen, ausbauen, ausbauen. Verteidigung zumindest. So. Befestigung ausgebaut. Das ist schön. Hier gibt es dann auch quasi direkt mehr oder weniger das nächste Upgrade auf Steinverteidigung. Sonst sind wir hier sowieso am Arsch. So, ohne Steinverteidigung, glaube ich, kommen wir hier nicht weiter. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich unsere Kirche ausbauen und starke Mauern erforschen. So, weil wir haben eigentlich auch einen starken Gegner, sollten wir nicht unterschätzen. Und der sammelt da fleißig Kanoniere. Das gefällt mir persönlich nicht so sehr. Und außerdem hätten wir natürlich dann auch Brüder, die wir dann zur Unterstützung unserer Truppen entsendet haben. Okay, dann geben wir hier auch direkt den nächsten Ausbau in Auftrag und setzen das in der Logistiklinie auch wieder ganz nach vorne. Den ganzen Ausbau-Protz hier. Aber das Schloss hier setzen wir ein bisschen zurück. Befestigungsausbau beendet. So, wo war der Befestigungsausbau? Der Befestigungsausbau war auf dieser Seite. Okay, wir haben die Kanon-Gießerei befestigt. Müssen wir das nur noch reparieren. Okay, hier haben wir was für ein Problem. Was sind das denn hier? Kohlebergwerk. Da habe ich vergessen, die auf Geologen zu setzen. Dann holen wir das doch eben nach. Hier fehlen Baumstämme. So, wir müssen hier unten auf jeden Fall auch die Holzproduktion und die Grundproduktion ein bisschen anwerfen. Dass unser Holz quasi nicht immer von der anderen Seite der Karte geholt werden muss. Weil das verzögert durch den Ausbau unserer Verteidigungsanlagen natürlich auch. Wenn wir jetzt den Vorteil haben, dann haben wir Stein. Stein ist vor Ort. Stein ist im Prinzip direkt vor Ort. Das kann hier direkt vor Ort abgebaut werden. Insofern sollte der Ausbau auf Stein in dem Gebiet hier zügiger gehen. Außerdem fehlen hier Lagerhäuser. Wir brauchen hier mehr Lagerhäuser, damit unsere Transportwege kürzer werden. Sonst haben wir hier nicht genug Siedler, die transportieren. Hier fehlt immer noch der Ausbau auf Steinverteidigung. Aber dafür haben wir hier oben unsere Holzfällerhütten angeworfen. Das heißt, wir fangen hier auch schon an, entsprechend zu bauen. Wir bauen den Baumeister dort auch aus, die Baumeisterhütte und diese hier auch. Dann kriegen wir mehr Baumeister. Das beschleunigt das hoffentlich auch alles ein bisschen. So, wir haben ein Gebäude errichtet, ein Lagerhaus. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in die Logistik schauen. So, wir müssen dann gerade auch nochmal wieder Klamotten tauschen. Mal eins, zweimal diesmal. Was fehlt denn hier eigentlich noch für unsere... Also, die Kanonierer sind fertig. Das ist schön. So, wir haben hier fast überall mittlerweile Steinverteidigung an den entscheidenden Posten. Oder da, wo überhaupt Verteidigung möglich ist. Das ist ja im Moment auf dieser Karte nicht überall möglich. Und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Musketiere, glaube ich, nachlegen. Aber da haben wir fünf Pikeniere. Wir können auf jeden Fall noch zwei Pikeniere und zwei Musketiere. Und wir holen uns auch noch ein paar Reiter. Und bei nächster Gelegenheit würde ich auch sagen, einen besseren General. Den können wir eigentlich auch hier hinten rekrutieren. Nee, da ist das Gold zu lang unterwegs. Wir machen das hier in unserer Taverne. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, ähm... Uh, den Heißsporn, ne? Angriff gut im Nahkampf, gut im Angriff auf Befestigung. Das war immer... Da haben wir bisher immer gut gefahren. In Kombination mit einem... Standardenträger. So. So, ich gehe jetzt mal in die Logistik schauen. Okay, die Kirsche wurde ausgebaut. Dann können wir uns jetzt um die starken Mauern kümmern. Halt, vier, fünf. Und wir brauchen auch direkt die D5 Brüder, die wir noch brauchen. Und noch... Ah, sechs Novizen. Wenn wir an den Technologien reinschauen, brauchen wir zwei Brüder für starke Mauern. Ich meine, wie gesagt, ganz ohne Forschung, glaube ich, geht es nicht, dass wir gegen einen starken Gegner wie König Baldurus bestehen können. Weil sonst haben wir dann wirklich nur schlachtenmäßig unterwegs. Das ist vielleicht auch ein bisschen kümmerig. So, Befestigung wurde ausgebaut. Wo wurde die Befestigung ausgebaut? Ach, auf der Seite. Also, die wurde ausgebessert. Nicht ausgebaut, ausgebessert. So, da sind fünf von neun Steinen bereits angeliefert worden. Das heißt, auch hier können wir allmählich König Baldurus entgegentreten, hoffentlich. So, hier ist wie gesagt der Ausbau auch in Auftrag gegeben. Holzproduktion ist angelaufen. Gut. So, wir holen auch Truppenmäßig langsam auf. 20 zu 27. Eieieiei, es wird spannend. Es wird mal wieder, glaube ich, diesmal wird es wirklich spannend. Ja, ich glaube, diesmal wird es wirklich spannend, weil wir ja auf Militär spielen und im Prinzip ja zu zweit quasi auf eine Vier-Mann-Karte spielen. Da ist natürlich auch die Kontaktpunkte wahr. Wir haben ein bisschen Zeit gehabt, uns auszubauen. Das war ganz gut, glaube ich. und wir können uns jetzt voll und ganz auf König Baldurus fokussieren als schweren Gegner meine ich, ist glaube ich ein schwerer Gegner, wenn ich mich richtig erinnere, müssen sie ein schwerer Gegner sein